Herzlich Willkommen. Hier ist der Steffen und der? Und Louis. Und ich bin nicht Louis. Und ich bin nicht Steffen. Willkommen bei der 138. Folge von vor 100. Wir haben heute den 15.05.2023 und vor 100 Jahren den? 15.05.1923. Die Folge kreiert sich in einen Hausmeisterteil und in den Themen von vor 100 Jahren. Dazwischen ist doch der Werbungsteil, den ich immer vergesse. Wir haben kein HHK-Kessler-Teil. Warum und wieso? Dazu kommen wir nochmal später. Und es gibt auch keine Witze. Bitte sagt mir, ich brauche eine tagesaktuelle Witzequelle über die Zeit von vor 100 Jahren. Ich habe schon die Archive durchstöbert und konnte noch nichts finden. Sämtliche Dinge hat er sich durchgelesen, aber kein Witz. Ja, kein Witz. Ich habe echt viel gelesen, kein Witz. Ich brauche eine Zeitung, die am besten wöchentlich erschienen ist oder täglich und die eine Witzeteil hat. Und ich habe gerade keine mehr. Ja, oder irgendwie so ein Buch, Witze vor 100 Jahren. Ja, also. Erscheinungsdatum 1923. Ja, gerne mir eine senden, weil ohne Witze teilfällt was. Kommen wir auch zum ersten Thema Hausmeisterteil. Und da haben wir schon angefangen. Alles allererste, was ich gerne machen würde, ich möchte gerne den Jan danken. Jan, du weißt vor viel. Vielen Dank. Ja, ich will nochmal einen Nachtrag machen zum Werbungsteil. Das ist natürlich die Werbung von vor 100 Jahren, also aus der Zeitung von vor 100 Jahren. Wir machen keine tagesaktuelle Werbung. Das kann ja jeder. Nein, unsere ist 100 Jahre alt. Aber auch tagesaktuell, weil sie ist genau 100 Jahre alt. Also Steffen guckt dann zum 15.05.1923 in die Tageszeitung. Ja, genau. Wir können nicht viel, aber das. Wir arbeiten mit unseren beschränkten Mitteln äußerst geschickt. Ja. Zitat von Harika Kessler. Aber dann würde ich auch sagen, sind in meiner Wohnung, in meinem Arbeitszimmer, was eigentlich der Grund zum Einzug war, weil das ist das Kinderzimmer. Aber bis jetzt ist das mein Arbeitszimmer. Ja. Und trotzdem gucke ich auf ganz viel Pampers und hoffe, das ist nicht für dich. Nein, das ist nicht für mich. Es ist sozusagen eine Zwischennutzung. Gut. Wassen wir das? Ich würde sagen, kommen wir zur Werbung von vor 100 Jahren. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15. Mai 1923. Für neu zu errichtende Abwrackwerft wird Beteiligung bis zu 1,5 Milliarden gesucht. Offerten nur von Selbstgebern unter JH2718 an Rudolf Mosse, Berlin SW 19 abbeten. Neu, Hobufa, die langersehnte Bügelfalte. Patente im In- und Ausland angemeldet. Kein Apparat, kein Kniefutter, keine Naht. Ein ganz neuer Weg für eine scharfe Dauerbügelfalte. Kinderleicht von jedermann selbst anzubringen. Gibt den Kniff von vorn und hinten. Erhältlich in allen einschließenden Geschäften oder per Nachnahme von 4.500 Mark für eine Hose bei den alleinigen Fabrikanten Hobufa, Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollendam 19. Bankgeschäft sucht Fachmann als Teilhaber mit mindestens 50 Millionen Mark Vermögen erbeten. Offerten unter KDM 601 Rudolf Mosse, Charlottenburg, Kaiserdamm 20. Kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Ich habe sechs Krisen im Jahr 1923, hatte ich mal berichtet. Und wir haben heute der Folge drei davon, wo es relevante, wichtige Ereignisse gibt. Und ich möchte anfangen mit der Inflation. Sie galoppiert. Sie nimmt unglaubliche Ausmaße an. Das heißt, was für Ausmaße gerade? Wo seid ihr da so? Also wir reden davon, dass wir für ein Ei jetzt 793 Mark bezahlen in Berlin. Und im November werden es dann 320 Milliarden Mark. Milliarden Mark? Ja. Für ein Ei? Für ein Ei in Berlin. Ich habe mal gehört, dass die Leute zu Theaterveranstaltungen mit Butter ankamen, um mit Butter zu bezahlen. Also wirklich der wahre Butter und nicht mehr mit Geld. Genau. Zwei Eier für den billigsten Platz und der teuerste kostete 1,5 Butter. Das gab es am Berliner Schlosstheater. Ich frage mich ja, wie das gerochen haben muss, wenn da denn Leute mit ranziger Butter teilweise ankamen. Ja. Auch. Ich meine gut. Da ist auch Winter besser als Sommer mit der Kühllagerung. Inflation. Warum? Wir hatten das immer wieder schon gehabt. Ich möchte nochmal im Ganzen beleuchten, warum diese Inflation stattfindet. Das eine ist, die Industrieposition hat massiv nachgelassen. 1913 zu 1923 um die Hälfte weniger. Gut, das verstehe ich. Ja, die Hälfte weniger und Deutschland war schon damals eine Exportnation und dadurch gibt es keinen Handelsbilanzüberschuss. Die Handelsbilanz ist negativ, es wird nichts exportiert, es kommen keine Devisen ins Land, man muss Reparationen bezahlen. Die Reparationen sind in Devisen zu bezahlen, man muss quasi Schulden aufnehmen und dadurch sinkt der Wert der eigenen Währung. Das wäre ein Grund. Das wäre einer von vielen Gründen, genau. Ein anderer wäre sicherlich der Ruhrkampf. Richtig, da werden halt die Gehälter weiterbezahlt, obwohl quasi keine Wertschöpfung stattfindet. Viel Geld, was man nicht hat, wird gedruckt. 1923 muss der hochverstuldete Staat, auch durch den Ruhrkampf, kann quasi nur ein Siebteil seiner Ausgaben durch Einnahmen bestreiten. Wow, das ist echt wenig. Und das führt dazu, dass es wesentlich mehr Arbeitslosigkeit gibt. Im Dezember waren 28,2% der Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos und ein Großteil der Bevölkerung lebt unter dem Existenzminimum, also massenedeln. Also es arbeiten eh wenig und die, die arbeiten, die haben quasi kein Geld. Ja, doch. Also die haben Geld, aber die können sich davon quasi nichts leisten. Genau, die Kaufkraft, die Reallöhne sinken, drastisch, logischerweise. Das Rote Kreuz macht im Ausland auf die Hungersituation aufmerksam und ruft zu spenden für die Notleihen der deutschen Bevölkerung aus. Und 50% der Kinder an den deutschen Schulen sind unterernährt. Wie gesagt, und das ist diese Situation und das ist der Hintergrund, wo all dies stattfindet. Der Ruhrkampf und die Ruhrbesetzung. Also den Leuten geht es eh schon schlecht. Und dann kommt das auch noch dazu. Das ist irgendwie so eine Spirale, die sich da so dreht. Richtig. Und später würde ich gern dann eben auf die Ruhrbesetzung, Ruhrkampf und auf diesen rheinischen separatistischen Bewegungen nochmal eingehen. Und generell auf die Reparationsfragen. Aber bevor wir dazu kommen, ich weiß diesmal nicht, welche Themen Steffen mitgebracht hat. Er hat mir verboten, ins Konzept zu schauen. Und jetzt bin ich ja gespannt. Luis, du hast die Wahl. Ich gebe dir drei Überschriften. Ja. Wir nehmen heute alle drei Themen auch an. Also keine Angst. Du darfst auswählen, in welcher Reihenfolge. Ich hätte einmal die Überschrift Royal mit Käse. Okay. Sex Cells. Oder auf Wolke 7. Sex Cells. Ich dachte es mir, dass du damit anfangen möchtest. Reden wir über Pornografie. Sehr gut. Und über Grosch, Georg Grosch. Ja, fange an. Ja. Und zwar, Georg Grosch. Wir haben ja erzählt, dass wir da in dem kleinen Grosch-Museum waren. Und das war ja ein sehr bekannter Malerkünstler, der sehr satirische Werke gemacht hat über die Bevölkerung damals. Wir werden einen Link reinstellen, da könnt ihr euch ein paar Kunstwerke ansehen. Und das sind letztendlich immer Zeichnungen, bei denen die Männer meist kahlköpfig sind, große Köpfe haben, auch die Frauen. Und die Frauen mit sehr fratzkenhaften Darstellung. Ja, genau. Sehr überzeichnend, sehr überspitzt. Und der hat in den letzten Jahren, seit 2000, äh, nicht 2000, seit 1919 viele Werke gesammelt und hergestellt und eine Mappe rausgebracht, die er nannte, ähm, Gott, mit Ece Homo oder Homo, Ece Homo. Also, äh, das ist, ich hab mal nachgeguckt, dieses Ece Homo, Homo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich mein, altkirchisch ist eigentlich. Das heißt lateinisch für Menschen, oder? Ähm, ja. Das hat so einen religiösen Hintergrund. Und zwar gibt es in der christlichen Bibelgeschichte, gibt es diesen, die Kreuzigung. Und da stellt sich dann, äh, Pilatus vor die Bevölkerung hin und zeigt den, den Jesus, der bereits gefoltert wurde, auch eine Dornkrone auf hat und sagt, ähm, und hat Ece Homo, Ece Homo, wie auch immer man es ausspricht, äh, was dann, äh, so viel heißen soll wie, äh, siehe der Mensch. Und daraufhin fängt dann die, äh, Bevölkerung, die da steht, die jüdische Bevölkerung an, die Kreuzigung zu fordern. Das passt zu Geir Grosch, der ist ja sehr zeitkritisch unterwegs. Genau, und das, also das nimmt er nicht ohne Grund. Ich bin jetzt kein, kein Kunsthistoriker und so weiter, möchte jetzt Interpretationen gar nicht erst anfangen, weil ich Angst habe, was da alles auf uns zukommen wird. Aber das sind alles Werke, die, ähm, als pornografisch eingestuft werden. Und, ähm, da steht hier in der Ausgabe, die wir haben, äh, dass es, äh, 16 Aquarelle und 84 Zeichnungen sind, also sehr, sehr viel. Ähm, er zeigt die Inflationsauswirkungen, deswegen passt jetzt auch die Überleitung von der Inflation. Und diese, diese Sammlung, dieses Mappenwerk wird, wird verboten wegen Verbreitung unzüchtiger Darstellungen sowie der Verletzung der öffentlichen Moral und der inneren Werte des deutschen Volkes. Und wir schicken da mal, äh, wir werden einen Link rausstellen, da könnt ihr euch das, ähm, mal ansehen. Aber, ähm, Luis, ich gebe dir jetzt mal hier gerade mein Telefon, da sind so ein paar Bilder, äh, zu sehen. Unten kannst du hier so hin und her klicken. Und man sieht schon, für die damalige Zeit ist, sind das schon Werke, die tatsächlich leicht pornografisch auffassbar sind, schätze ich? Naja, ist schon ein Mann und eine Frau, eng und schlungen und man sieht die nackten Hintern. Und das Bild, was du da jetzt hast, das hat den, ähm, Namen, ich muss gleich nochmal nachgucken, Mami und Papi, glaube ich. Äh, Papi und Mami von 1922. Man sieht zwei, man sieht eine Frau und einen Mann, das sind dann Mami und Papi, die, die Frau ist nackt. Beide sind nicht gerade sehr anmutig und wie sie eng und schlungen eine, äh, ja, wahrscheinlich gerade sich sexuell vergnügen. Ja. Ja, also es ist auch, sind auch diese, die, die Werke von Grosch, das sind auch keine schönen Menschen, die dargestellt werden. Eben, es ist überhaupt nicht pornografisch, weil es ist nicht ästhetisch schön, sondern. Ja, ich denke, pornografisch kann, muss auch nicht immer ästhetisch schön sein. Gut, da kann man sich sowas aufwählen, aber es ist, ähm, es ist, ich würde jetzt, also, auf entsprechenden Portalen im Internet würde sich das keiner angucken, sondern das gehört in eine Galerie. Ja, genau. So würde ich es formulieren wollen. Ja, also für mich, ich finde, das ist jetzt auch keine schöne Kunst. Ähm, ich, ich verstehe, dass, dass man solche Werke macht. Ist provokativ. Und, äh, hier habe ich noch. Auf und Gart. Auf und Gart. Hier habe ich noch ein Bild rausgesucht, das würde ich gerne noch, ich weiß, über Bilder sprechen im Podcast ist immer schlecht, aber wir verlinken euch das ja. Ja, und ich würde darüber gerne noch kurz sprechen, jetzt suche ich gerade, wie das Ding heißt. Achso, ah, genau, über Ece Omo. Also es gibt auch ein, ein, äh, Werk, das genauso heißt, ähm, wie dieses Mappenwerk. Luis, beschreib doch mal, was, was du da siehst. Also man sieht drei Figuren. Eine nackte Frau mit einem ausladenden Hinterteil, die sich lasziv auf ein Bett regelt und man sieht quasi die Rückseite. Dann gibt es einen Mann mit einem blauen Auge, einer, äh, einem etwas unrasiert, der eine Zigarre raucht, einen Hut trägt und sehr, und unausgeschlafen und übermüdet und völlig fertig. Und dann gibt es einen etwas edleren, aristokratischen, blonden, mittelalten Mann mit Zigarette, der neben dieser Frau auf dem Stuhl sitzt, die quasi da rauchend im Adamuskostüm auf dem Bett liegt. Genau, die Frau ist diesem eher gutaussehenden Mann zugewandt und der mit dem blauen Auge, der läuft an der Szenerie quasi vorbei, der ist, der ist also unbeteiligt. Ähm, was mir bei, bei Grosch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das tatsächlich stimmt, für gewöhnlich haben die männlichen Figuren bei ihm Hüte auf oder sind halb glatzig, also haben oben meistens keine Haare. Ja, und bei denen ist mir aufgefallen, der, der gut aussehende, der, der gut aussehende Mann in diesem Bild, zu dem die Frau auch zugewandt ist, der hat tatsächlich mal oben Haare und dann ist mir aufgefallen, der sieht überhaupt nicht typisch deutsch aus, finde ich. Ich finde, der hat sowas britisch-französisches. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das gewollt ist, ob das vielleicht. Ich denke mal, das soll ein Kapitalist, ein Angehöriger der Bourgeoisie, soll der darstellen, der wirkt halt sehr edel. Ja, und vielleicht auch gar nicht sowas sehr deutsches, also weiß ich nicht. Vielleicht können sich ja noch KunsthistorikerInnen melden bei uns. Ja, der hat aber blonde Haare, das ist dann schon wieder er. Man könnte auch ein typischer Deutscher sein, meinst du? Naja, der typische Deutsche ist auch, also würde halt auch er wieder passen. Also ich sehe jetzt gar nicht so einen Ausstand da drin, sondern nur einen Aristokrat, einen Junker, einen Großkapitalist, was auch immer, sowas in der Richtung. Auf jeden Fall sehr, für mich außergewöhnlich, dass da mal tatsächlich einen normal aussehenden Mann mit Haaren zu sehen ist bei ihm. Meistens sind immer nur Zerrbilder einer kaputten Gesellschaft und die Bilder schreien die Kritik heraus bei Georg Rosch, normalerweise. Und das letzte jetzt noch zu dem Thema, also er wird dann auch zu einer Geldstrafe verdonnert und hier steht in Höhe von 6.000 beziehungsweise 500 Mark verurteilt. Also nicht nur er, sondern auch der Verleger müssen Geldstrafe zahlen. Du hast jetzt aber gesagt, Sex sells. Also hat sich das jetzt gut verkauft, trotz des Verbots? Naja, er muss jetzt dafür zahlen. Also dann nicht? Wahrscheinlich ja nicht. Aber es wurde damals im Malik Verlag veröffentlicht und der hat das dann natürlich verkaufen können. Und wir reden nun 100 Jahre später noch drüber, also hat sich das ja doch in Form von Aufmerksamkeit verkauft. Genau. Dann die anderen beiden Themen, also Royal mit Käse und auf Wolke 7 kommt dann gleich vorher, Luis. Bist du wieder da? Genau, ich bitte, dass Royal mit Käse zuerst kommt. Gut. Bevor möchte ich noch über den Kurswechsel in der Ruhrgebietspolitik eingehen. Ja. Und zwar, das Ruhrgebiet ist besetzt durch französische Truppen unter dem Vorwand, ein kleines Ingenieurkorps zu beschützen sind, 100.000 Mann belgische und französische Truppen einmarschieren. Jetzt haben wir den Ruhrkampf, passiver Widerstand. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Wir hatten ja auch die Zeitzeugen, Gustav Krupp und Bohl und Halbach als Beispiel, die gesagt haben, nur der Widerstand funktioniert nicht, man muss auch Angebote machen, man muss Ergebnisse suchen, weil die Situation, so wie sie jetzt ist, alle verlieren, keiner kriegt, was sie will. Die Franzosen kriegen keine Reparation und unser Land geht kaputt, unsere Währung geht den Bach runter, aus deutscher Sicht. Das ist eine blöde Situation, war einfach ausgedrückt. Genau. War es zu tun. Harald Graf Kessler war ja in England, die Idee ist England quasi als Vermittler auf die Bühne zu holen und das ist jetzt auch passiert. Und zwar hat am 20. April der Außenminister George Nathaniel Marcus Corson of Kettlestone im Oberhaus ein deutsches Verhandlungsangebot angefordert, weil Deutschland wäre der Schuldner. Und er sei deswegen in der Pflicht, die Verhandlung zu suchen. Zitat. Das hat ja herrmäßig funktioniert. Deutschland als dem Schuldnerlande fällt, meines Erachtens die Aufgabe zu den ersten Schritten zu tun. Das ist erstmal das, was England will. Die Deutschen hoffen natürlich, dass zum Beispiel England bereit wäre, auf seinen Anteil der Reparation zu verzichten und im deutschen Sinne aktiv zu werden. Deswegen ist Harald Graf Kessler eben auch in London mit einem Allstar-Team, die halt Einfluss nehmen, die Lobbypolitik betreiben. Spoiler-Alert, England verzichtet nicht auf seinen Anteil und hofft jetzt auf ein starkes Angebot aus deutscher Sicht. Also das ist ja auch, finde ich, verständlich. Also, dass die Briten jetzt so auf ihren Reparationsanteil verzichten. Ja, die sind ja selber stark verschuldet. Also warum sollten sie das tun? Richtig. Und jetzt kommt das Angebot. Das Angebot kommt in Form einer Rede von Friedrich von Rosenberg. Das ist der aktuelle Außenminister der Regierung Kuno im Reichstag. Auch Spoiler-Alert. Die Rede hat er gehalten im Reichstag. Und es waren dabei Harald Graf Kessler bei dem Moment und auch Stresemann. Und jetzt haben wir quasi einen Moment, wo sich die drei Quellen, die ich immer gerne als Vorbereitung nutze, also unter anderem, dass sich das Leben dieser, dass sich das jetzt alles überlappt. Ich bin gespannt. Also du ziehst jetzt zuerst das Chronikbuch vor. Richtig. Ein Chronikbuch. Vielleicht erstmal, was ist dieses Angebot? Und zwar, es geht darum, das Deutsche Reich sei bereit, seine Pflichten im Rahmen der Erfüllbarkeit nachzukommen. Das große Ding hier ist, dass ein Abzug der Franzosen keine Voraussetzungen mehr sind für Verhandlungen. Das ist aus deutscher Sicht ein enormes Zugeständnis. Das war vorher unverhandelbar. Du akzeptierst, dass das Gebiet besetzt ist und willst trotzdem mit den Leuten drüber reden, okay? Also ich halte das ja für gesunden Menschenverstand. Nur es ist aus damaliger Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, weil das war vorher nicht möglich. Worum geht es? Zitat. Aus der Rede von Friedrich von Rosenberg, 16. April im Reichstag. Nach Ansicht der Regierung sollte eine internationale Kommission von Geschäftsleuten oder ein ähnlich sachverständiges und unparteiisches Gremium, an dem Deutschland und Frankreich mit voller Gleichberechtigung teilnimmt, möglichst bald zusammenkommen und folgende Fragen beantworten. Eins. Was hat Deutschland bisher geleistet? Zwei. Was kann Deutschland und soll Deutschland gerechterweise noch leisten? Drei. Auf welcher Weise können diese Leistungen bewerkstelligt werden? Klingt nach einem soliden Vorschlag. Ich frage mich halt, wer da unparteiisch sein soll, weil quasi ist da jeder wieder parteiisch. Ja, richtig. Aber die Idee ist auch, sich dann zu verpflichten, voraus, dass das, was da rauskommt, erfüllt wird von Deutschland. Ich finde es auch gut, dass da steht, dass man nochmal sagt, was hat Deutschland bis jetzt schon gemacht, weil man ja sich dennoch nochmal, also die Hauptaussage ist ja, Deutschland tut, was es tun kann. Und wenn du diese Frage dann nochmal stellst und probierst zu beantworten, was ist jetzt eigentlich wirklich gemacht worden, dann kann man da nochmal Zwischenbilanz ziehen und sagen, haben die jetzt wirklich alles probiert? Oder wäre da tatsächlich noch Luft gewesen? Ja, es klingt auch vernünftig, wenn man jetzt halt sagt, aus der Politik rauszugehen, auch der Revanche und vielleicht das Ziel, dass man jemanden nach langfristig schwächen will, Fachleute ranzulassen, die halt eine gewisse Leistungs-, also eine gewisse Kapazität prüfen. Macht ja erstmal Sinn, ne? Genau, und das kam zuerst, danach kam England und sagt, oh, macht ein konkretes Angebot und dann haben die Deutschen 30 Milliarden Goldmark angeboten und dazu muss man verstehen, das haben die schon mal angeboten. Und da waren die Alliierten sehr enttäuscht, weil das schon mal angeboten wurde, das ist quasi, die Summe selber ist… Es ist quasi kein neues Angebot wirklich. Nee, nee, aus Sicht der Alliierten, die Deutschen sagen, ja, 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 aber ihr habt uns hier massiv geschwächt, wir sind immer noch total die Helden, weil wir so viel anbieten, weil ihr ja das halbe Land besetzt habt und wir gar nicht so leistungsbereit sind, ne? Also Goldmark ist halt mit Gold hinterlegt, das ist quasi der gleiche Wert, inflationsbereinigt oder so, also das ist eine inflationsbereinigte Größenordnung. Okay, ich kann beide Seiten verstehen. Ja, beide Seiten. So, das ist das große Thema vor 100 Jahren, was doch in allen Zeitungen war, was alle, auch Harry Graf Kessler rund um die Uhr beschäftigt hat und apropos, wer war ein Reichstag und hat diese Rede von Alfred von Rosenberg angehört? Natürlich Harry Graf Kessler. Die alte Eule, also wir sind jetzt auch schon im Totholzteil, wir haben heute mal ein bisschen was gemischt, ja. Und was sagt die alte Eule Harry Graf Kessler dazu? Zitat. Er brachte viele deutschnationale Töne, die zum Teil falsch und wenig überzeugend klangen, aber den Erfolg hatten, dass die Rechte immer wieder Beifall klatschte, umso die bittere Pille seiner Zugeständnisse widerstandsschluckte. Zitat. Also, Harry Graf Kessler ist nicht überzeugt, der findet zwar die Rede, wenn ich es richtig verstanden habe, technisch okay, aber die Art und Weise, wie sie gehalten wird, ist einfach nur schlecht. Ja. Der Außenminister schafft es nicht, sich rhetorisch Gehör zu verschaffen dadurch. Also, er schafft es zwar anscheinend, dass die rechte Seite Beifall macht, was ja auch wichtig ist, glaube ich, in dieser Situation. Genau. Aber so richtig was bewirken nach außen hin, außerhalb Deutschland, wird die Rede nicht. So ist die Einschätzung. Richtig. Und seine Einschätzung ist jetzt auch, er redet auch mit seinen Kontakten im auswändigen Amt, zum Beispiel für diesen Bereichsleiter Schubert, der ihn auch quasi aussteuert für die England-Mission. Und beide halten die Regierung nicht mehr für sicher. Es wird aus ihrer Sicht einen beidigen Sturz geben. Kuno und Rosenberg, also Kuno ist der Reichskanzler, Rosenberg der Außenminister, sind in der Situation, dass sie gegen sich alle haben. Majorität des Reichstags, den Reichspräsidenten, das Auswärtige Amt, das Finanzministerium und sämtliche Sachverständige. Und den Sturz wäre wirklich schlecht, weil wenn die jetzt gestürzt werden und die nächste Regierung macht ein anderes Angebot, dann sieht es nach Kapitulation aus. Aus deutscher Sicht. Deswegen wäre das aus Harry-Kreif-Kesslers Sicht nicht gut. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, ob das jetzt wirklich Kapitulation ist. Muss man halt gucken. Wir wissen ja, dass in diesem Jahr nochmal Wahlen anstehen werden. Wird da jemand ganz wichtiges... Reichskanzler? Das ist nämlich Stresemann. Und ich nehme jetzt das nächste große Buch gedruckt. 1932, über die Quajack gekauft. Stresemann zur Erinnerung. Ja, einen goldenen Schriftzug. Ja, die auch bei Harry-Kreif-Kessler, ne? Jedenfalls. Und der hat sich mit der ganzen Frage auch beschäftigt, ne? Ja, der war auch fort. Und zwar hier geht es halt darum, erstmal was will Frankreich? Die englische Position habe ich ja schon geschönert. Die wollen, dass es ein gutes Angebot gibt aus deutscher Sicht, verzichten aber nicht auf ihren Reparationsanteil. Mhm. Und England verurteilt die Besetzung, macht aber nichts dagegen, sondern... Ja, weil sie ja auch teilweise davon profitieren. Sie sind... Der Markt, der Kohlemarkt verändert sich zugunsten von England. Und was auch immer noch ist, die Türken sind ja immer noch im Hintergrund... Wir haben ja immer noch einen Konflikt da mit Griechenland. Es gibt ja Verhandlungen. Und da ist noch die Frage, wer kontrolliert da diesen Raum um Istanbul herum? Und dadurch, dass Frankreich auch gerade so geschwächt ist mit diesem Konflikt im Deutschen Reich, ist der Lachen der Dritte tatsächlich gerade Großbritannien. Ja, absolut. Ihr könnt uns auch ihre Kohle verkaufen, weil halt die Rohkohle ausfällt. Absolut. Und was Frankreich will, laut Stresemann, entweder Mittel aus einer internationalen Anleihe oder Garantien auf eine andere Weise. Und wenn da nichts passiert, dann möchte Frankreich versuchen, jeden Nutzen von der Ruhr und vom linken Reihenufer zu ziehen, die ihm zur Verfügung stehen. Was genau meint er da so? Nach Fändung. Also, dass dann quasi gefändet wird. Dass dann halt, wie beim Gerichtsvollzieher, Gebiete, Werte sichergestellt werden und halt die zustehende Forderung zu erfüllen. Und was Frankreich auch macht, das ist eine der sechs Krisen des aktuellen Jahres, es wird eine separatistische Bewegung im Rheinland gefördert, um halt Deutschland langfristig zu schwächen. Die Idee ist, einen rheinischen Pufferstaat zu erschaffen. Und das funktioniert auch. Eigentlich ist die Mehrheit der Bevölkerung dagegen. Doch durch die Not findet diese Autonomiebewegung schnellen Zulauf. Aktuell sind ja schon einige tausend bewaffnete Leute im Ruhrgebiet für diesen Separatismus. Und der Höhepunkt ist dann der Ausrufung eines eigenen Staates am 21. Oktober. Okay, also da werden wir dann nochmal genauer darüber berichten. Richtig, der Winter wird spannend. Ja. Das ist, was Frankreich will. Und Stresemann hat zu einem Ereignis in zwei sehr, sehr lange Reden gehalten. Und ich habe jetzt nur mir ein Zitat rausgesucht, wo es halt, wo er zusammenfasst, was das Ziel seiner Politik ist. Ich bin gespannt. Gewiss habe ich ein volles Verständnis für all das Aufschäumende der Kritik. Vor allem aber auch für die Spannung zwischen einem starken und berechtigten Nationalgefühl und der Diskrepanz, die zwischen diesen Wünschen nach einer anderen Stellung Deutschlands und der Politik des Erreichbaren besteht, die eine deutsche Regierung gegenwärtig nur treiben kann. Unsere Aufgabe ist es meines Erachtens mit aller Entschiedenheit, den Staat, wie er ist, zu stützen, uns um ihn zu schaden und zu verteidigen, seine Führung zu unterstützen und durch eine Politik nationaler Besonnenheit, durch Zusammenfassung der Kräfte diejenige Zukunft zu sichern, auf der einmal, wenn wir das Reich, den Staat und die Einheit über diese Zeiten hinweg gerettet haben, andere weiter aufbauen werden, die uns dankbarer sein werden, im Rückblick auf das, was wir ihnen bewahrt haben, als manche Kritiker der Gegenwart, die anstelle positiver Mitarbeit lediglich negative Kritik in diesen Zeiten leisten. Das waren Sätze. Okay, das muss er nochmal, glaube ich, in langsam wiederholen. Also was, was, ich lese, ich höre jetzt heraus, dass er durchaus bereit ist, gewisse Dinge zu tun, die jetzt gerade in diesem Moment als unpopulär erscheinen, aber mit dem Ziel, weiterhin national erfolgreich zu bleiben, sich zu stärken und eventuell dann, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er wirklich meint, diesen, auch so eine Art separat, Gebiete vielleicht abzustoßen. Nee, das ist ganz klar dagegen. Das ist nicht, okay. Ich frage mich gerade, du hast am Ende gesagt. Also, Schäßmann sieht sich als Patriot. Er will am Ende dann mit jemandem zusammenarbeiten, von dem die so eine Art Dankbarkeit zeigen, dass in der Stunde so gehandelt wurde. Da ist mir nicht ganz klar, was er damit meint. Er meint, dass die, die nach ihm kommen, dankbar sein werden für das, was man jetzt macht. Ach so, meint er das. Weil man diese Demokratie, diese Republik rettet. Das Wichtigste ist, diese Republik, nächstes Land, so wie es ist, jetzt zu retten in der schweren Zeit, nicht um selber erfolgreich zu sein, sondern um die Dankbarkeit, die die danach kommt, zu ernten. Mit einer Politik des Affilbahnen. Ja. Das bedeutet auch, unpopuläre Maßnahmen. Ich finde, dass... Zum Beispiel aber auch, einen Aufstand niederschlagen mit durchaus drastischen Mitteln. Ja. Das ist alles mit drin. Das kann aber auch heißen, Zugeständnisse zu machen an Frankreich. Genau. Und da finde ich, da muss man nochmal zurückdenken an Edzensberger. Ja. Er hat ja auch die Kapitulation mit unterschrieben in dem Eisenbahnvorgon, weil er damals davon ausging, wir müssen das jetzt hier stoppen. Sonst ist nichts mehr da. Sonst ist nichts mehr zu retten. Und er wurde dafür ja auch, auch für diese Zugeständnisse später ermordet von ultrarechten Gruppen. Oder Rathenau ähnlicher Fall. Rathenau ähnlich. Das muss Stresemann ja auch bewusst sein, wenn er sowas sagt. Absolut. Der war da nicht beliebt. Ja. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ich möchte noch mal zeigen, hier ist ein Nachdruck von eigenhändigen Aufzeichnungen Stresemanns. Oh, jetzt halt mir jetzt hier einen Aufdruck. Und Steffen guckt mich so an, so, oh, der ist schon wieder. Ich habe auch heute Morgen beim Frühstück in meiner Familie diese Faxi-Mille völlig von Begeisterung gezeigt. Und auch einen ähnlichen schrägen Blick geerntet, wie jetzt gerade von Steffen. Also ich glaube, das erfreulichste Gesicht wird das einjährige Kind gewesen. Ja, der war auch total begeistert. Man sieht quasi, wie Stresemann dann in so einem Wochenplaner, sehr knapp im Gegensatz zu Harry Greif-Kessler sein Leben beschreibt. Zum Beispiel am 10. Mai, Geburtstag, Nachmittag, Sorges, Abends, Karl Rieser von Schoch, Düringer, Riesers Rede auf mich, Hoffnung auf Reichskanzlerposten. Da geht es schon los. Und wir können sagen, er ist es geworden. Karl gedenkt Wolfgangs. Ja. Das ist eine andere Form von Tagebuch. Vielleicht hat er aber auch weniger Zeit gehabt als sein Harry Greif-Kessler. Ja, jedenfalls. Und er war in der Molkenkur in Heidelberg am 8. Mai. Okay. Ja. Das sind wir so zur Kenntnis. Und er hat halt zwei Antwortreden gehalten, die halt die Politik der Regierung massiv stützen, aus genannten Gründen. Deswegen macht er das. Und sagt halt, das Angebot von Eifried von Rosenberg ist ganz, ganz toll. Also es ist ein ganz anderer Ton als Harry Greif-Kessler und supportet das. Und deswegen habe ich das aber auch nicht wiedergegeben. Ich habe nur die Stelle wiedergegeben, warum er das supportet. Verstehe. Ja. Gut. Und das war jetzt der Stresemann, Harry Greif-Kessler. Reparation, Inflation und Ruhekampf und Ruhebesetzungsteil in einem. In der Nutshell. Einfach dieses, das, was jetzt in den letzten vier Wochen passiert ist. Ja, also vielen Dank dafür, Luis, dass du diesen Totholz-Teil mal heute verschoben hast und dich auch eher kurz gehalten hast. Ja, und jetzt hattest du noch ein Käse-Teil. Ja, kommen wir zum Royal mit Käse. Nur im Sinne von, als über deutsche Übersetzung vom Titel. Ja. Wir nehmen heute auf, heute ist der 6. Mai 2023. Weißt du, was heute in Großbritannien los ist? Ist völlig an dir vorbeigegangen. Ach so, die, die, die hier, ja, Charles, es wird doch König. Charles ist schon König, glaube ich. Es ist nur die Thron-Zeremonie, wenn ich das richtig verstanden habe. Also heute sind alle entwedeln mit ihren Großbritannien-England-Flaggen. Es war in den Nachrichten heute Morgen, was ich toll fand, ist, die haben über das schlechte Wetter berichtet, dass sie sich alle in Regenklamotten rumstehen müssen. Ha, ha. Ja, wir sitzen hier drin und genießen auch das Regenwetter. Ja. Und vor 100 Jahren, nicht genau vor 100 Jahren auf dem Tag genau, aber vor 100 Jahren und ein paar Tagen, gab es auch ein großes Ereignis in London, bei dem die Leute den König zugehörigen oder der königlichen Familie zugejubelt haben. Ist halt einer gestorben, gab es eine Heirat oder wurde einer König? Zweites. Es gab eine Heirat. Ach. So, Royal mit Käse. Es gibt heute ein bisschen Klatsch und Tratsch über das Königsavidium. Wer hat denn wem geheiratet? Ist sie eine bürgerliche? Ja, also, nein, bürgerlich nicht. Doch. Am 26.04. gab es eine Hochzeitsfeier des britischen Prinzen. Gab es einen Skandal? Und, ähm. Was hatte sie an? Ein Hochzeitskleid. Prinz Albert, Herzog von York und zweiter Sohn des britischen Königs vor 100 Jahren, das war der König George V. Der hat geheiratet Lady Elizabeth Bowes Lyon oder, ja, Lyon, ich spreche es so aus, habe ich mich entschieden. Und das, ähm. Es gibt das Gerücht, dass sie ihm damals drei Körbe gab, bevor sie Ja sagt. Ein Skandal. Skandal. Mhm. Ähm. Sie gehört zwar zu alten Adelsgeschlechten. Also doch keine bürgerliche. Nein, aber es war trotzdem schon so ein kleiner Skandal, weil, ich hab's nicht ganz verstanden, irgendwas mit nicht ganz königlicher Blutlinie, aber doch. Also sie war nicht ganz auf dem Level. Sie war adlich, aber nicht rein adlich. Sie wurde trotzdem. Also, also das Inzucht-Level war nicht hoch genug. Ja, also akzeptiert, oh Gott, genau. Sie wurde trotzdem akzeptiert. Ja. Ja. Und ich dachte mir, ich guck mal, was eigentlich mit dem Burschen, mit dem jungen Mann so passiert, denn, ähm, Luis, weißt du, wer das genau ist? Das ist der Vater von Elizabeth, die wir noch kennen. Genau. Also Elizabeth ist der Zweiten der kürzlich verstorbenen Königin. Es ist quasi der Großvater von Prinz Charles. Genau. Mann ist Charles auch alt. Ja. Und der neue König ist echt alt. Ja. Wenn quasi der, der, der Großvater vor 100 Jahren heiratet. Genau. Und, und, ähm, da wurde ich dann nochmal hellhörig, äh, weil ich mich, ja, also per Zufall habe ich dann mal mitbekommen, dass es ja gar nicht der erste Thronanwärter war, sondern, wie ich gerade sagte, es war der zweite Sohn des damaligen Königs. Hat der erste nicht drauf verzichtet? Ja. War das, war das wegen der Frau? Genau. Ah, bürgerlich? Ja. Ha! Und, noch schlimmer, Amerikanerin. Oh nein! Ja. Das ist ja eine Raffron. Oh mein Gott, da sofort, die muss man sofort ausweisen. Ja. Der darf nie wieder Tee trinken. Und, ähm, das ist das Royal und der Käse kommt jetzt. Ich dachte, ich gucke mal so ein bisschen, was der so gemacht hat. Erzähl so ein bisschen aus seinem Leben heraus. Ja. Also, Jahrgang 1895. Frisch, taufrisch. Mhm. Und was, ähm, interessant war, fand ich, dass der, auch, auch er hatte eine sehr schwere Kindheit, weil seine Eltern sehr, sehr streng waren in der, die Erziehung, was, äh, damals wohl sehr üblich war in, in adligen Familien. Wir erinnern uns auch an Wilhelm Svoh. Ich meine, wer kennt das nicht? Die Nullerjahre, ja, ähm. Ja, die damaligen Nullerjahre. Also, vor den Nullerjahren, bin 1895. Und Wilhelm Svoh ist ja noch älter als Semester. Der hatte ja auch schon eine schwere Erziehung. Aber, was, was, was war seine schwere Kindheit? Also, die hatte nur sehr, sehr wenig Kontakt zur Mutter tatsächlich. Und sein Vater war der Meinung, dass Kinder Angst haben sollten vor ihrem Vater. Dann wäre es eine gute Erziehung. Hm. Also, ich kann sagen, das sehe ich anders. Ja, es finde ich gut, dass du das anders siehst. Ja, er wurde auch von dem Dienstpersonal mit, mit erzogen und war, es war wohl äußerst streng. Deswegen gab es dann wohl auch eine gute Verbindung, Beziehung zu seinem Bruder, weil die so auf diesem kindheitlichen Level zusammengehalten haben. Und tatsächlich hatte er ein Problem. Er fing nämlich an zu stottern. Schlecht. Ah, da gab es doch diesen Film, The King's Speech. Ist das der? Ja. Ach, ein großartiger Film mit Kevin Forth. Colin Firth. Colin Firth. Ja, also, The King's Speech ist halt wieder so ein britischer Historian Machine. Toller Film. Großartig. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gestern, gestern habe ich dieses Thema erst vorbereitet. Und da geht es wirklich nur darum, dass er stottert und dann eine Radioansprache ohne Stottern rauskriegt. Und das ist wirklich spannend. Glaubt man nicht, es ist spannend. Ja, das Problem ist nämlich, dass er einen Auftritt hatte in einem Stadion und das war eine katastrophale Rede von ihm. Teilweise wohl auch sehr peinlich. Deswegen hat er sich einen Berater geholt, der ihn dann begleitet hat und probiert hat, sein Stottern in den Griff zu bekommen oder zu verbessern. Und als dann der Krieg kam mit dem Deutschen Reich, mit Hitlerdeutschland, musste er ein Radioansprachen machen. Und die muss natürlich gut vorgetragen sein. Und das ist diese Radioansprache, die du meinst. Ja. Darum geht es im Film. Ich selber habe den Film dann doch nicht geguckt, weil ich mir gestern dachte, das halte ich von der Müdigkeit dann nicht mehr durch. Ich kann es empfehlen. The King's Speech. Also meine Frau meinte heute Morgen am Küchentisch. Ah, ihr hattet auch die Folge vorbesprochen. Also wie gesagt, ich habe begeistert die Tagebucheinträge im Nachdruck von Stresemann gezeigt und eine verschiedene Reaktionen von Augen verdrehen bis Bagaagaaga geerntet. Ja, wir haben, wir haben Anette Dittert gesehen, wie sie über die Engländer in London sprach. Und darauf erwähnte ich, dass wir heute auch über Royales mit Käse sprechen werden. Aha. Und habe diese Trivia zu Besten gegeben. Und sie meinte, dass sie den Film damals auch angefangen hat zu gucken. Also wir halten fest, wir sind eine unendliche Bereicherung an Frühstückstüchen, wir beide. Wir haben ein Gesprächsthema, würde ich sagen. Auf jeden Fall. An uns mangelt es nicht. Und sie meinte, ja, der Film, sie hat den gut in Erinnerung, ist aber zwischendurch eingeschlafen. Nicht, weil der Film schlecht war, sondern einfach, weil sie so müde war. Das heißt, wir werden uns den Film demnächst auch angucken und sie wird auch nicht wissen, worum es mehr ging. Dann könnt ihr das ja nochmal Review geben. Wie gesagt, er hat dann gestottert schon, seitdem er Kind war. War auch ein sehr, hatte sehr viele gesundheitliche Probleme. Unter anderem hatte er wohl Darmprobleme. Er ging, als junger Mann ging er dann zur Marine und war auch übrigens bei der Schlacht von Skagarak dabei, als Beobachter. Also für mich klang das so, er war aus großer Entfernung dabei. Er sollte nämlich damals im... Ja, aber du warst ja aus so einem Schiff, das ist schon gefährlich. Ja. Das war die größte Seeschlacht überhaupt, glaube ich, oder mindestens im Ersten Weltkrieg. Und das war gefährlich. Das sind... Ja. Also es gab wohl die Anweisung, den Prinzen nicht in Gefahr zu bringen. Deswegen... Er sollte auch gar nicht da als Beobachter sein, war es dann aber trotzdem. Wäre das quasi auch mein Schiff gewesen, wo ich gerne gewesen wäre. In sicherer Entfernung. Auf dem Schiff, wo der Prinz ist. Achso, ja, natürlich. War dann bei der Marine und musste dann mehrere Operationen nehmen, weil er eine Krankheit mit seinem Darm hatte. Das klingt alles nicht so schön. Nee. Darmkrank und am Stottern, das ist irgendwie Mist. Ja. Egal für welchen Job. Und... Dann ist eigentlich noch König relativ dankbar. Da muss man... hat man auch mal ein bisschen Zeit zwischendurch krank zu sein, aber ist trotzdem schwierig. Ja. Im Ersten Weltkrieg wurde dann die Royal Air Force gegründet, zu der er dann auch... also in der er dann auch tätig war. Und das ist der Grund, warum auch alle Nachfolgergenerationen, alle männlichen, eine Pilotenausbildung gemacht haben wohl. Also er ist der Begründer dieser Tradition. Wenn du mal vielleicht aus den Medien gehört hast, dass Prinz William und Harry da eine Ausbildung bei der Royal Air Force hatten. und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber mein logisches Verständnis sagt mir, dass Charles das dann wohl auch gehabt haben muss. Das ist dann aufgrund des Großvaters von Charles. Ja. Dass sie da eine Pilotenausbildung machen. Wie viele Töchter hat der gehabt? Zwei. Ja. Weiß ich. Und es ist gerade interessant, Elisabeth und eine jüngere Schwester und die jüngere Schwester, die hat wohl geraucht und sehr, sehr viel getrunken und ist deswegen schon sehr früh gestorben und Elisabeth hat sehr, sehr lange gelebt. Genau. Die jüngere Schwester, wenn ich nachgeguckt, war Margaret Rose. Immer ein bisschen sehr vereinfacht, aber die ist halt auch 40 Jahre vor ihrer älteren Schwester gestorben. Irgendwie? Oder 30? 20 Jahre. 20 Jahre. Also Elisabeth ist am 8.9.22 gestorben und ihre jüngere Schwester am 9.2. 20 Jahre vorher. Also sie hat dann noch sehr lange gelebt tatsächlich. Ja und wie du schon mitbekommen hast, der war nicht direkter Thronfolger, sondern der erste Thronfolger war sein Bruder Edward. Der mit der Amerikanerin. Genau, der sollte 1936 König werden, wurde er auch. Und dann kam die Amerikanerin. Amerikanerin. Genau, erst nach elf Monaten hat er abgedankt, weil er unbedingt diese Frau heiraten wollte und das partout nicht ging. Das ist gerade eine richtige Staatsaffäre. Die Leute haben gezweifelt an der Monarchie und haben Verfassungszweifel gehabt. Es wurde wohl tierisch darüber debattiert, über die Monarchie und so weiter. Und das ist auch gemein, jetzt bist du da so der Zweite, bist da gar nicht geeignet für, bist darmkrank am Stottern und dann bist du auf einmal König. Doch Mist. Und deswegen... Der wird sich auch gefreut haben, glaube ich. Ja, er dankt ab. Und sein Bruder, also über den wir jetzt auch gerade reden, wird König und nennt sich, um ein bisschen konservativ zu sein und wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, nennt er sich, er heißt ja eigentlich Albert, und er nennt sich jetzt aber König George VI. Sein Vater war König George V., er nennt sich jetzt König George VI., um so ein bisschen wieder Monarchie-Gedanken, ein bisschen konservativ zu sein. Albert ist ja auch echt modern. Also da war Albert, das hat ja wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja. Klingt ja wie so ein Pinguin. Ja. Und das Witzige, was ich fand, also diese Frau, die bürgerliche Amerikanerin, war Wallace Simpson, 1936 dankt Edward ab, um Wallace Simpson zu heiraten. Und was macht das amerikanische Magazin Times? Wählt zur Person des Jahres Wallace Simpson. Und damit übrigens auch die erste Frau überhaupt, die das Times Magazine zum Menschen des Jahres gewählt hat. Kleine Trivia nochmal am Rande, Luis, falls du mir den Absprung erlaubst. Mhm. Genehmigt. 1982, Luis. Person des Jahres ausgezeichnet vom Times Magazine war der Computer. Ja. Ich finde alle Kandidaten berechtigt. Ja. Das finde ich gut. Aber wie schlecht müssen die Personen sein, wenn ein Computer Person des Jahres wird? Also ich finde, die war gut. Der Computer ist okay. Da möchte ich aber betonen, dass wichtige Geräte wie der Kühlschrank, die Glühbirne und auch die Heizung da auch noch an der Reihe werden. Ja, die gab es meistens schon, bevor das Times Magazine da war. Ja, aber man kann ja dann nachrangig zurückkommen. Achso, nach, nach, nach. Okay. Ich komme jetzt auch gleich zum Ende vom Royale mit Käse. Nur noch ein paar letzte Worte. Kriegszeit, Nazi-Deutschland und so weiter. Was ist da eigentlich gewesen mit den Royals? Sie haben hauptsächlich moralische Unterstützung probiert zu geben der Zivilbevölkerung und waren angeblich auch die ganze Zeit während des Krieges in London. Also haben sich nicht aufs Land abgesondert, sondern probierten auch wirklich in ihrem Palast zu bleiben, auch wenn der auch unter Beschuss war. Und so heißt es, sie nahmen auch in der Lebensmittelrationierung teil. Das zumindest. Also ich würde jetzt mal unterstellen, vielleicht hatten sie doch eine andere Rationierung, könnte ich mir vorstellen. Das glaube ich nicht, aber ich sage es ja immer, die, also kann ja sein, dass sie die Ration dann hatten, aber man geht ja dann schon mal zum Onkel essen. Ja, dann Schildkröten. Vielleicht, ja. Also, und dann hast du ja, da gibt es ja schon Mittel und Wege. Ich meine, was kann man denn dafür, der Onkel hat nur mal Schildkröten, du bist ja höflich, das abzulehnen. Natürlich, die Schildkröten sind jetzt tot. Ja, und der Hasen hat auch noch geschossen. Und dann, natürlich, den Fasan. Ja, ja, genau. Man weiß ja auch, dass, wie hieß der Premierminister Churchill, hat ja auch sehr enthaltsam gelebt. Churchill war bekannt für seine Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit, war ein richtiger Genussfeind. Ja, klar. Jedenfalls, aber das, tatsächlich hat die britische Bevölkerung ihm das sehr gedankt, als dann die Kapitulation war, sind sie zum Palast gegangen und haben geschrien, wir wollen unseren König sehen. Also da war er auch dann sehr populär und sehr beliebt. Ja, aber der hat vieles richtig gemacht. So muss man sagen, der hat eine gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben während des Krieges. Ja, und er lebte dann noch, bis 1952, ist dann gestorben, auch wieder, er war sehr, sehr krank und dann musste Elisabeth II. das übernehmen. Die im zweiten Weltkrieg Erlasskraftwagen gefahren, was ich total witzig finde. Ja, es gibt bei Wikipedia, gibt es ein Video, ohne Ton, da sieht man Churchill, den König, dann seine Frau, Elisabeth II. Und wahrscheinlich ist es dann noch die jüngere Schwester oben auf dem Balkon und dann winken. und da hat Elisabeth II. auch so ein grünliches, also es ist in Farbe, ein grünliches Armee-Outfit an, also Militär-Outfit. Ja, das sagt die Legende und ich glaube, das ist auch noch in vielen Köpfen gewesen, die Zeit dann. Soviel zu Royal mit Käse. Kommen wir zum letzten Thema, Luis, auf Wolke 7. Ja, ich bin nicht gespannt. Worum wird es gehen? Ich glaube, du hast es schon gesehen. Der Käse auf Wolke 7? Fast. Man könnte ja alles verbinden. Der porno-guckende Käse auf den Wolken. Lassen wir das. Das letzte Thema ist noch ein Thema, da geht es ums Fliegen heute. Flugzeug, Flugverkehr. Welches Problem könnten die Deutschen vor 100 Jahren mit dem Flugverkehr gehabt haben und der Entwicklung? Weil Saja-Vertrag verbietet den Betrieb von Militärflugzeugen. Genau. Und das Ziel war hier eine langfristige Enttechnologisierung von Flugzeugen. Deswegen wurde die Regelung so erschaffen und meiner Meinung nach hat man sich dann deswegen auf den Zivilflugzeugbau konzentriert, weil das halt noch legal war. Ja, so am Rande anscheinend. Also das ist richtig, es ist dieser Artikel 201 und der wurde nochmal verlängert, auch mit dieser London-Konferenz, sodass quasi das Verbot noch bis Mitte Mai 1922 ungefähr war, also ein sehr langer Zeitraum und viele dann auch Flugzeughersteller und Maschinenhersteller ins Ausland gegangen sind, um dort die Maschinen zu bauen, aber trotzdem Flüge anzubieten nach ins Deutsche Reich. Beispiel Fokker, die sind nach Holland gegangen. Andere Hersteller sind nach Danzig gegangen, was ja noch so mehr oder weniger dazu gehörte. Danzig war Fokkerbundgebiet, ja, unabhängig. Aber dann nicht mehr zum Deutschen Reich, so auf die Freie Reichsstadt, genau. Rival und Moskau. Seit 1919 gibt es dann tatsächlich auch ein dichtes nationales Flugnetz, also man hat dann schon probiert, zivilen Flug anzubieten, aber stark mit dem Fokus auf ein nationales Netz. Ja, und Deutschland war einfach auch unbeliebt. Ich glaube, die hatten noch ein Problem, dann internationale Fluglinien aufzubauen, weil halt das war nicht gerade. Ist jetzt nicht so das Ausflugsland Nummer eins gewesen. Na, es war auch nicht so beliebt, also als Nation und die eigenen Firmen nicht. Und so kommt es dann auch, dass jetzt aber mit der Zeit nach und nach man probiert auch international Verbindungen anzubieten. Ja, zum Beispiel gibt es seit dem letzten Jahr vor 100 Jahren die Verbindung Königsberg-Moskau, was nur im Sommer möglich ist aufgrund der Witterung. Und jetzt seit Mai 1923 die Verbindung Berlin-London, über die ich gleich noch was sagen werde. Dann später im Mai Verbindung München-Wien und dann auch im Juli kommt das München-Budapest. Das war schon und es waren dann so kleine Flutzeuge mit so Korbsesseln drin, meine ich, meine ich damals noch. Das könnte sein, also das zivile Luftverkehr im Deutschen Reich, das waren quasi nur zwei Unternehmen. Das eine war ein großer Verbund, Deutsche Aeroleut AG, das ist ein Zusammenschluss von vielen Unternehmen gewesen, und die Junkerswerke. Die hatten ja auch dieses Junkersflugzeug. Aus Metall. Genau, es gibt relativ viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und wir in Berlin, Luis, wir waren ja mal eine Stadt mit drei Flughäfen. Ja. Unter anderem in der Mitte der Stadt Tempelhof. Genau. Das Problem vor 100 Jahren in etwa war, dass das Tempelhofer Feld mehr oder weniger nur Wiese und Acker war. Im Ersten Weltkrieg gab es auf dem Tempelhofer Feld auch Lazarette, in der Militärangehörige versorgt wurden. danach, naja, nach dem Krieg war das so, mehr oder weniger lag das da so. Das war halt da, so wie Zustand heute auch. Und Junkers meinte, naja, man könnte doch daraus aber auch ein Flugfeld machen und hat die Genehmigung bekommen, da bereits im letzten Jahr so Planierungsarbeiten vorzunehmen und so gab es jetzt also, Stand vor 100 Jahren, also eine kleine planierte Fläche, ein Schuppen und so eine kleine Halle aus Holz, wo, was jetzt der Flugplatz war. Und um zu zeigen, dass das, kleine Anfänge, ja, um zu zeigen, dass es jetzt hier aber total der Durchbruch ist, kommt, kommt der Reichspräsident Friedrich Eberdorf die Idee, zur Leipziger Messe von Berlin aus zu fliegen, und zwar vom Tempelhofer Feld in einer Junkers Maschine. Was ein guter Start war für das Tempelhofer Feld, das war noch kurz vor der offiziellen Eröffnung, denn jetzt zur offiziellen Eröffnung kommt es zu einer Flugshow auf dem Tempelhofer Feld, da fliegt so eine Doppeldeckermaschine, die man aus dem Weltkrieg genommen hat und ein bisschen umgebaut hat, und da haben sich, da hat sich der Pilot und es haben sich noch zwei oder drei Stadtverordnete gemeldet, die zeigen wollten, fliegen ist sicher. Ich ahne irgendwie Schlimmes. Die Maschine hebt ab, fliegt 30 bis 40 Meter hoch, will eine Rechtskurve machen, stürzt auf einmal ab. Also kein Grund ist erkennbar, warum diese Maschine jetzt abstürzt. Das ist schlecht. Der Pilot überlebt, wohl schwer verletzt, die drei Abgeordneten, die meinten, wir zeigen, dass Fliegen sicher ist, sind leider tot. Und das tritt eine Panik aus, die Leute rennen weg. Also kein guter Start für das Tempelhof in Berlin. Trotzdem, es kommt dann zu einer feierlichen Eröffnung. Es gibt tatsächlich auch einen Flug, der planmäßig denn losfliegt und somit kann man jetzt auch eine Fluglinie anbieten von Berlin nach London. Ich finde immer faszinierend, wenn man sowas hört und sieht, was alles ging in Kunst, in Film, in Kultur und auch mit dem Flugzeug und gleichzeitig sind die Hälfte der Kinder untererniert. Ja, man muss auch sagen, dieser Flughafen stand jetzt vor 100 Jahren, besteht eigentlich nur noch aus zwei Landebahnen. Eine dritte Landebahn wird dann gerade gebaut, die kommt dann im nächsten Frühjahr. und zu der Berlin-London-Flugroute habe ich hier noch ein paar witzige Informationen rausgefunden. Zum einen, wenn man bisher von Berlin nach London fliegen wollte, das ging auch, man musste nur von Berlin nach Amsterdam fliegen und dann in britische Maschinen umsteigen. Das war einfach keine eine Linie, ja. Genau. Also das war schon möglich und jetzt konnte man halt mit derselben Linie fliegen. Es gab trotzdem noch die Zwischenlandungen, man konnte nicht direkt fliegen, man musste immer noch nach Amsterdam, also Zwischenhalt in Amsterdam, Bremen und Hamburg machen. Das sind aber viele Zwischenlandungen, ja. Und deswegen dauert es auch sehr lange. Bei diesem ersten Flug dauerte der Flug neun Stunden. Das ist aber lang, London, ja. Weil der Pilot meinte, er musste aufgrund starken Windes sehr, sehr niedrig fliegen und erwähnt dann in so einem Zwischensatz, er konnte sich trotzdem gut orientieren, dank seines Kompasses, Flussmündungen und Schienennetzes. Da frage ich mich auch so, ja, das ist krass, also heutzutage fliegen ja die Maschinen so weit oben, dass die, dass sie sich nicht mehr anhand von Flüssen und Schienennetzen wahrscheinlich orientieren würden. Es würde schon gehen, das Problem sind die Wolken. Ja, genau. Also wenn du perfekt einen Himmel hast ohne Wolken und es auch nicht dunkel, ist das auch so ein Problem? Dann würde es wahrscheinlich gehen. Ah, dann kannst du schon die Flüssen erkennen mit dem Land, das würde schon gehen. Man fliegt ja so weit oben, dass da meistens auch Wolken dann sind. Ja, aber er konnte so tief fliegen, dass er das alles erkennen konnte. Und eine Karte kostete damals sechs Pfund. Das ist in diesem Chronikbuch, wahrscheinlich sechs Milliarden Mark. Ja, also das Chronikbuch hier, was vom Jahr 1987 ist, meint, der derzeitige Stand 1,3 Millionen Mark. Kommt mir komisch vor. Das ist die Frage, ob das inflationsbereit ist oder ob das ich denke mir von damals vielleicht einfach von damals der Markkurs. Ja, weil das ist hier ein bisschen uneindeutig geschrieben im Chronikbuch, was damit genau gemeint ist. Ich nehme aber auch an, dass es eher von da ist. Das Chronikbuch selber ist von 92. Lass es mal eine Postkarte an den Chronikverlag schicken und sagen, wir haben ja einen Fehler gefunden. Naja, uneindeutige Aussage. Genau, also das ist so der Flugverkehr vor 100 Jahren, der jetzt immer weiter geht und floriert gerade, vor allem im zivilen Bereich, weil man sich darauf konzentriert hat. Ja, finde ich echt faszinierend, dass das dann losging, dass man schon damals von Berlin nach London fliegen konnte. Ja, und es wird nicht mehr lange dauern, da wird man auch noch über den großen Teich fliegen können, von Berlin aus. Dazu kommen wir dann aber in sehr, sehr viel weiter späteren Ausgaben mal. Ja, es ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Das hast du gut ausgedrückt. Dann würde ich sagen, wir hatten viel zu bieten heute und es ist ein guter Moment jetzt die Folge zu beenden. Danke fürs Zuhören und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören, das war es auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundert.de dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.